hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge anno 1800 hier aus dem team projekt wir machen dabei darüber aufgehört haben und zwar bin ich hier gerade am bier produzieren aus karrieren zu gucken was passiert hier was muss ich machen damit hier mehr bier formt ja seid gespannt ob man sie kriegen spaß ja gut schauen wir mal lassen wir das jetzt erstmal anlaufen ruinen also bei dir das was explodiert ist wieder aufgebaut denn jetzt da schon wieder wir werden die waffen strecken sobald sie ein fähres hey pirat du hast das laforteuer oder wie der heißt sie haben recht gehen wir noch einmal gerettet das andere ding habe ich gemacht wir wenden uns nur an die denen wir trauen weiß nicht ob du da Bock drauf hast auf den geleitschatz oh marie du bist gerade am brauchst du gerade noch elektrizität oder hast du welche schon ich bin dabei ich mache gerade eine handelsroute für kaffee kaffee warum weil wir dampfmaschinen ja noch nicht bauen können und für davor stehen braucht man elektrizität und dann kann man dampfmaschinen fabriken oder fabriken motor fabriken hier kann man den produktionsbike erst bauen weiß dass wir schon eine weltausstellung sind der schon bis dahin das gemacht haben ich bin sofort fertig also wir können wir haben investoren schon das kann ich nicht sagen weil ich den spielstand nicht so gut ja das ich sage ich gehe mal davon aus ich wollte nur sagen wir sind bei investoren schon dran deswegen wir wollen jetzt alle kaffee haben wir helfen wo wir können auslägt gerade etwas dass wir auf der schwarzeigen ah jetzt gehts so wir sind unterwegs ups entschuldige ein escape zu viel gedrückt mal gucken wann hier das erste dampfschiff ankommt wir sind unterwegs ja wie viel hat das drin hast du das geguckt 200 200 ok passt es ist in der alten welt also es müsste bald ankommen mit tom ja wo wolltest du jetzt unsere kultur dingsbums machen ja was war das botrup 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 kultur weltkultur stein ja das kann sein erntetankfest kann man ein kleines schiffchen den luft zerstören oder kann man die auch verkaufen wir helfen wo wir können kannst du bei den pcs verkaufen also du kannst mal nicht ich weiß nur dass es beim singleplayer die bei den npcs verkaufen kann es auch auf so ein multiplayer geht na gut aber die dinger kosten halt auch nur 20 oder 15 bilanz so schnell bestimmt das ist nur singleplayer sara hast recht achso wo ist mein tanga also ich habs im multipanel nicht ausprobiert weißt du woher das kommt boah dieses forschungsinstitut ist ja auch wieder brauchen mein gott na ich schau mal bei ihr verwalten hab ich gerade angefangen jetzt bin ich gerade an der ersten baufahrer naja ich lese gerade was da alles möglich ist da haben wir das jetzt gebaut gerade ich schau bei tom vorbei was tut's brennen ja das musst du doch das ist Deko das ist Deko das ist Deko das ist die Actioninsel oder was wo brennst du denn hier oh ich hoffe ich oh es brennt ein bisschen was ist aber oh wenn das drittgebiet brennt hab ich irgendwo nen feuerbecher haben wir Kaffee Kaffee wird geliefert ja ich möchte eine feuerbe hin achas jetzt haben wir eine okay dann müsste doch alles gut sein ah er passt wegern die schon wieder oder was ne da war ne Aufgabe mit Kaffee ach was ist denn hier los was ist denn hier los was ist denn hier los alle ich bin mal ein ausgezeichneter katholik johann der erfinder na da ich werde jetzt nicht zum hafen gehen der angegriffen wird das geht mal um doch vorsichtig immer mit der ruhe es ist ja schon die großen kanonenschiffe wie um tom gleich zu überfallen warum sollte ich jemanden überfallen wir wollen doch keine überfallen jetzt mal helfen bei uns in einer alten welt ich bin doch in der alten welt so entschuldige meinte gerade schwammel ich habe noch keine kanonenschiffe nicht täuscht mich da kommt angekrochen das ölschiff so ein kleines feuer schaut doch schön aus ja ist das ist für mich das ist ein highlight also das brennt uns ja wirklich alles weg da oben also woher ganzes industrie fit was auch jetzt fliegt doch in die luft ist schon alles im teil naja stück wo war ich eine straße hin auch das ist ein kleines kasseln das ist die 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 sind nicht zu gewohnt. So, jetzt geht es ja voran. Hoffe ich. Jetzt hier 200 Zeug. Ich habe Gummi. Start. Stopp die Maschine. Ne, das ist richtig so. Haben wir jetzt überhaupt noch Schiffe holen oder sind schon... Ja, zwei Stück nur noch. Das ist so. Ryan. Juhu. Ist Bier wieder stabil geworden oder? Bitte? Ist das Bier wieder stabil geworden? Warte. Ne, es dauert noch einen Moment. Ach ja, das Schiff Deine Mama ist noch unterwegs. Was? Ich habe mich auch gewundert. Ja, halt das Schiff Deine Mama. Auf jeden Fall unterwegs in die neue Welt. Kannst du... Ne, okay, ne. Jetzt ist zu spät nach Geleitschiffen zu fragen. Ja. Und das nächste Schiff ist schon unter Verschuss. Ach so, in der neuen Welt. Ach so, ja. Das hat aber... Hat aber einen Schutz. Hier sind auch noch Schiffe. Augusta ist noch hier. Muschelfischer. Und Halunke. Mhm. Ähm. Was ist Gold? Tom, kommt jetzt Gold eigentlich an? Äh, nicht genug leider. Ja. Oh, da stimmt schon wieder irgendwas. Super. Haben wir die schon wieder vorgelegen? Okay. Jetzt geht's voran. Der macht jetzt hier Gedöns. Das heißt... Die eine rote... Tortuga laden... Fahrräder. Fünfte der Käpt'n schon wieder. Okay. So, wir sollten vielleicht die Diplomanie hier häufiger benutzen. Mhm. Bezahl lieber 9.000 für ein Waffenschlüssel. Hab ich schon bezahlt. Wie 10.000 für ein Schiff. Ja. Für Schiffe. Bin jetzt ein Mensch. Ja, meine Seele kann sich hier auch entfalten. Wo es jetzt ist. Kannst du mir bitte ein Linien Schiff oder eine Fregatte bauen? Ja, wenn wir 30 Segel hätten, dann könnten ich es Dir gerne bauen. Wir haben ja echt Mangel. Gut. Aber ich kann es versuchen. wenn ich wohl erst wenn die augusta aus der neuen welt zu dir in die alte dann hast du ja keins mehr dass das liefert ihn nur und schuss und ein bisschen tacos und das glaube ich auch die die habe ich mal eingerichtet ja dann würde ich so aber ich brauche trinken schiff wegen kaffee und bananen ja dann macht die rote doch weg und dann kaffee und bananen brauchst du wo brauchst du die augusta denn zwischen der mit bananen fruchtbarkeit und kaffee und der haupt werden ach so willst du die route einrichten schon dabei und der unteren soll kaffee und bananen hoch und zurück soll jeweils zu zehn lehm also kaffee und bananen und zurück soll was leben in leben richtig ein wie viel kaffee willst du denn haben ich habe solche punkte nicht mehr anschauen problem ist da unten gibt es kein kaffee ach so hier fehlen die produktion noch ich richte die trotzdem schon mal ein das ist ein kaffee ich habe mich nicht mehr so schnell vergessen ja gut neue befehle auch so nicht dreck ziegel ja klar natürlich nicht leben schuldige und du kannst vielleicht zehn bretter wie lange braucht dieses tankschiff jetzt wieder um hierher zu kommen gut ist eingerichtet kaffee wird jetzt auch produziert muss ich wieder auf dem rückweg sind wieder in die alte welt ich sehe es gerade nicht bei mir in der auflistung meinst du es macht sinn zweiter laufen zu lassen oder kommt dann nicht nach dafür ich habe jetzt schon wieder 285 und insgesamt 400 kann man pro schipper dann transportieren warum scheißen mein dings eigentlich ab meine bilanz gerade übelst wird wieder irgendwas fehlen kaffee ich glaube die erholt sich gleich wieder minus 1200 bei mir gibt es die schwankungen quad royal läuft plus 2000 wo bin ich denn gerade so im minuten new england läuft minus 1000 oder was weil plus produktion wahrscheinlich draußen ich hätte da eine ehrliche arbeit sie entlohnen unsere harte schufterei segel werden produziert dann kann ich dir gleich was brauchst du pilan und ein schnelles schiff mit ganz viel kapazität also entweder zwei oder drei also entweder linien schiff oder fregatte war das andere glaube ich obwohl es wird fast sinn machen nochmal ein zweites schiff weil ich sehe dass das öl schon wieder fast aus ist bei mir ja in der alten welt ja ja deswegen wir laufen auch mit 1000 ich kann mal ob ich kuchen wer eins kaufen kann Feuer die menschen lassen sie hochleben die waffenruhe wurde beendet kannst du mal bitte gucken welche waffenruhe da gerade beendet wurden ja nur warte es hier stimmt irgendwas nicht warum ist denn der waffenstillstand oder hallo weg was der 40 minuten machst du ja wir lassen uns nicht über den tisch ziehen du findest das war ein sturm das war nichts verflüfft dass die zeit schon rum war bei anrufe geht die zeit irgendwie das ist doch krass das ist so Sag mal So gar nicht Gar nicht so richtig Kann mich jemand aus diesem Dämonen selbst mit eurer Hilfe, wird es kaum gelingen Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten Denn Jetzt ist die Arbeitskraft ausgegangen Alter Verschwinde doch einfach Ich raff nicht wie Bier nicht hochgehen kann Ich bin super soffen Warte mal, lass mich mal kurz was gegenchecken Oder wir haben Bierdieb Ne, also auf der Hauptinsel wo ich es hinliefer sind 21 Bier Und auf der Produktionsinsel sind 11 Bier oder so, 21 Bier Ne, warte Genau Auf der Hauptinsel, also auf der Produktionsinsel sind 14 Bier Das kann doch nicht wahr sein Wir haben Hopfen haben wir, wir haben Malz genug Oh Oh Punch mein Name Okay. Ich sehe immer noch, ich sehe das immer noch nicht aufgelistet, das Tankerschiff. Neue Befehle? Jetzt ist die Bilanz wieder bei 5000, keine Ahnung. Ahem. Ja. 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 Also wenigstens eine. Nämlich gerade in Bearbeitung. Ja. 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 Bin schon dabei. Ja. Ich guck da, ich das mal eben mache. So mein Lieben, aber mit diesem Nieser sind wir auch schon wieder am Ende der Folge gelangt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und schaut gerne bei der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin. Ciao.